Also, ich zeig dir mal was, was ich sehe. Ja. Ich habe einen kleinen Unterschied gemerkt. Ah, ist besser, aber er war halt Grenze, echt. Dein Oberkörper, deine Webel soll im oberen Bereich ist zu stark nach außen, also zu stark mit nach hinten gegangen. Das ist dieses Prinzip. Unten arbeitet raus. Aus der gekreuzen Position unten arbeitet raus. Mach mal Lateinik, komm her. Du hast gekreuzen und raus.